hey herzlich willkommen zurück bei einem neuen max e video heute mit einem neuen zubehör ausstattungs video deswegen habe ich mir heute mal das motto von meinem freund geliehen der mag nämlich mehr die gummi matten während ich meine teppich matten bevorzuge habe ich euch auch hier schon mal wieder gemacht das habt ihr hier oben verlinke ich euch gerne noch mal und deswegen starten wir heute mal sein tesla mit voller gummi matten ausstattung ausfangen jetzt frank an gehen dann über den innenraum und gucken uns dann im kofferraum an bleibt bis zum kofferraum dran da ist noch eine besonderheit die hatte ich bis dato noch nicht gesehen so dann nehme ich mir jetzt was raus wo sind vorne 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 und dann kann man die einfach drüber legen und dann hat man ja passt auf jeden fall gut und sieht aus wie vorher und hier drunter hat man weiterhin seinen abschlepphaken also falls ihr abgeschleppt werden wollt und dann machen wir das zu die ist für den fahrer ich habe hier unten so eine kleine struktur so dass die nachher nicht verrutschen können dann kann man die so richtig schön reinlegen dann sieht das tatsächlich aus wie ein neuwagen der ist auch voll neu oder das gut so jetzt mal aus der perspektive also neue schale dafür muss natürlich der alte teppich wieder raus aber ehrlicherweise sieht er recht sauber aus wenn ich mir das auto meiner frau angucke also wieder super leicht reinzulegen passt hier sind an den seiten sind so eine klettverschlüsse dran und dadurch sitzt es dann auch exakt in der form bleibt auch da ja passt sieht gut aus oder sieht gut aus sag mal ja dann legen wir die reihen der teppich sieht richtig schön das ist ja fast ein neuwagen sieht total elegant aus wie ich das mache hier haben wir einen leichten knick drin wahrscheinlich vom transport was dann hoffentlich noch raus geben aber hinten ist ja für die kinder nicht so schlimm das ist diese lüftungs geht dann auch gar nicht drin die lüftungsgitter müsst ihr unbedingt haben ich verlinke euch jedes video die lüftungsgitter findet gibt es bei amazon für den schmalen taler das muss sie sein ok vorne ist ein bisschen besser aber ich hoffe dass das noch raus geht ist ein bisschen schlabberig oder was denkst du deine meinung hast du eine gute aus wie gut aus gut dann haben wir hinten noch eine matte die kommt in den unteren teil von dem trunk und dann passt die auch das finde ich gut das hätte ich auch gerne ist cool oder waren die seiten boxen bei dir schon drin hast du gekauft bei tesla oder bei wem woanders bei wem denn amazonas amazonas und zufrieden passt auf jeden fall so zur einfachen montage nehmen wir jetzt mal das hier raus dann könnt ihr das dann könnt ihr das besser sehen ok das kommt so rum ich glaube ich stimmt ich dachte es geben die aussagen rein das kommt so rum und einfach bis hinten ran fast wackelt hat luft und genau man kommt hier an die lasche ran kann es öffnen ohne probleme es knickt dann hier halt auch mit ein würde ich sagen ganz entspannt man kann es auch so aufstellen ja auch gut geht auch noch und dann haben wir noch drei teile ich finde ich wirklich cool coole idee und zwar kann man die hinten an die sitze der rückbank anbringen und dadurch beim umklappen stützen und ich glaube wir klappen die auch einfach um zur montage ich weiß noch nicht was besser ist aber das sieht auf jeden fall voll cool aus perfekt müsstest du von hinten so rein filmen das müsste dann ganz gut gehen und dann also die haben jetzt hier hinten haben die überall so einen klettverschluss außenrum hier in der mitte auch nochmal zwei streifen genau und dann ja man die genau ihre auflegen das sieht auf jeden fall sehr passend aus unter den teppich dann kommt man genau an den sitz ran ja dann passt es auch exakt auf das finde ich gut vollkommen recht gut dass du da bist auch erst wieder den hier unten cool 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 mit dem letzten machen wir genau das gleiche also hier so ein bisschen unter den teppich die halten auf jeden fall gut dann kommt man hier auch sehr gut an die stellen ran und dann fasst das genau den so und wenn man beim nächsten mal dann zu dem baumarkt eines vertrauens fährt dann kann hier nichts den sitz beschädigen was denkst du das klappt mal zu ok alle eingebaut das ist jetzt das eins zwei drei vier fünf sechs teile ich sieben acht neun neun teile ich sogar dass das neunteilige set also mit der abdeckung vor hinten ich packe euch die ganzen links die gibt auch in einzelnen variationen also nur für vorne oder nur frank oder nur den kofferraum gibt es in einzelnen paketen habe ich alle links hier unten mal in die beschreibungsbox und dann könnt ihr euch das hier anschauen ich persönlich finde den teil der hinten an der rücksitzbank dran ist den schutz den finde ich super das hier weiß ich nicht ich glaube da gibt es viele verschiedene andere hersteller dieses genauso gut oder auch besser machen die matte hier drin hier drunter die finde ich auch praktisch für die wanne dass das unten geschützt ist falls euch mal was ausläuft dann ist es nicht in eurem filz quasi eingesogen und auch das für vorne schützt ein bisschen den kunststoff ist glaube ich nicht ganz so wichtig wer guckt schon vorne rein ansonsten hoffe ich hat euch das video gefallen und abonniert liked was auch immer und bis zum nächsten mal